So ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Stardew Valley. Wir haben Montag den 22. Was ist das? Ein Megapumpkin. Das ist hier nicht zu glauben. Was ist das hier? Was kann ich jetzt da noch machen? Muss ich die kaputt hauen oder? Wir verkaufen unsere... Popkin. Die behalten wir mal. Wir müssen Essen haben. In der kalten Jahreszeit. Jetzt haben wir kaum was zu tun. Unsere ganzen Kampkins sind fertig. Ja, wir haben so. Ne? Guck mal hier wohl. Ja. Ach, ich wollte hier was bauen. Genau. Crafting. Ne, können wir gar nicht. Können wir noch nicht. Wir brauchen nur für Foraging. Level 6. Ah. 4, 5. Ja. Level 5 sind wir aktuell. Okay. Ja. Dann müssen wir mal gucken. Ach, vielleicht können wir ein bisschen Axt rumspielen. Wir können mal gucken, ob unsere Axt fertig ist. Genau. Wir haben unsere Axt ja zu verbessern gegeben. Was ist das denn hier? Carving. Carver wants to carve a pumpkin with a dog. She asked you to bring her one from the farm. Oh. Und ich habe gerade alle verkauft. Oh, wir knacken hier zurück. Okay. Carolin? Hör das? Carolin. 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 Dum 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 dum. Was ist denn Caron? Hm. Hier bist du Caron. Hier. Bin ich zu blöd jetzt oder was? Da. Bei Pierre. Dann laufen wir mal los. Dann bringen wir hier so ein Pumpkin. Muss ich noch kein riesen Ding da haben. Ich weiß nicht, was wir damit anfangen sollen. Ich weiß nicht, was wir damit anfangen sollen. Aber ich weiß nicht, was wir damit anfangen sollen. Aber ich muss noch nicht anfangen sollen. Ich weiß nicht, was wir mit uns anfangen sollen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir mit uns anfangen sollen. Ja, sie hat ihren Pumpkin, gut, sie ist glücklich, dann ziehen wir mal weiter zu unser Blacksmith. Gucken wir mal was da so abgeht, dann können wir mal gucken ob wir diesen Köln vielleicht zerträgen können. Tadaa! Danke! Ach, wir können uns noch mal den großen Rucksack kaufen für 10.000. Das machen wir glaube ich live. Weil wir so viele Vitamine immer finden, so viele verschiedene Items. Das ist bestimmt sinnvoll. Ja, 10.000 Euro. Perfekt. Wir wollen eigentlich nichts mehr haben. Wir können mal zu Robin gucken, was wir sonst noch so für Gebäude kaufen können. Damit hat er... Oh! Gut, nehm. Weil Chicken werden ja nicht die einzigen Tiere sein, die gehalten können. Muss ja mal gucken, was sie dann so von uns dafür haben möchten. ... ... ... Kunstwerk Farm Buildings Brunnenbräune Brosnay Slimeballs Nee, das ist zu teuer Acht Koop-Dwelling-Animals Kannst du für die Obato? Acht DAX DAX gibt's Lackgäben Das kann schon teuer Ich darf hier gucken erstmal so was wir jetzt so an Moneden machen Bist du 500 Gold dafür noch bekommen? Ja Das haben wir immer noch nicht gefunden Ich weiß Ich hab aber schon überall gesucht Ja Ja Siehste, man muss mich auch zerstören Na, Mut zur Lücke Ähm, nö, wir können jetzt Aha, wir können jetzt mal gucken ob hier die doofen Baumschlemmel hier kaputt macht Ah, keiner Jawoll Können wir endlich unsere Farm hier mal ein bisschen vervollständigen bisschen hübscher machen exhausted Ja Ich hätte sich Bock auf Glück aber Es ist so ein Endlosspielen, weil du immer was zu tun hast. So viel können wir jetzt nicht mehr machen, sonst wenn er noch mal was hat. Ach da, noch so ein Doris-Ding hier. Oh, hier sind wir noch. So, können wir gleich mal gucken, was wir so haben. So, holt's hier rein? Ähm, auch nicht. Ja, wir können ganz schön viele Bäume sehen, ne? Aber ich will grad eigentlich nicht so viele Bäume sehen. Oder warum will ich mal eben sehen? Ich stehe mitten auf meiner Farm. Mann, 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 Mann. So, wir müssen mal gucken, dann verstehe ich mal die Mauerteile. Mauer, 20 Mauer, oder? Und keine Gewegeplatten. Ja, Mauer, auf jeden Fall. So, das ist schon mal geschlossen hier. Hier müssen wir noch gucken. Da sollten wir abwahlen, bis hier die völlig fertig sind. Ich würd sagen, wir gehen einfach mal schlafen. Was wollen wir jetzt kurzzeitig machen? Keine Energie mehr da. Level 10 Farming. Choose a profession. Ach, da muss ich mal was auswählen. Oh, ich hab immer raufgeklickt einfach. Mann, ich find doof. Jawohl, 32.000. Das hat's doch mal richtig gemacht. Also für unsere Größenordnung ist das schon eine Bombe, hätte ich gesagt, hier. Da kann man von Kambi ja was zu tun. Von Kambi, aus dem Kambi. Ja. Das bringt ganz schön viel Energie, ich weiß nicht. Wie viel Energie haben wir denn so? Was haben wir denn so für den Winter vorbereitet? Nicht so viel, okay. Müssen wir jetzt, ich würde sagen, packen jetzt die weg. Dann werden wir viel Meilen gehen wollen. Brauchen wir auch viel, viele Energie. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch in die Biene. So, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Nehmen wir mal unser... Nehmen wir uns ein Megaschwert, wo ist das? Ist das hier gar nicht, ist das drin? Ist das drin, ne? Nehmen wir dieses komische Licht an den Ring auch, mit dem Magnetring. Entschuldigung. So, machen wir uns mal auf zur Mine. Hier ist irgendwas passiert, jetzt hier war unsere Chicken. Das Grumpy, ja. Ich glaube, das Dorf ist ein bisschen wachsen. Ah, ich bin so doof. Ich wundere mich schon. Warum haben wir so wenig Sachen? Dann machen wir mit hier. Dann haben wir einen Slot nur, den wir belegen. Der Rest kann alles vollgepackt werden mit anderen tollen Items, die wir so finden. Können wir mal gucken, wie wir runterkommen. Diesmal. Vielleicht bald müsste es das Schwert kriegen. Ich glaube, aktuell sparen wir mal und müssen mal gucken, wie es mit dem Winter aussieht. Ob wir den Winter durchminern. Oder auch angeln. Wenn ich glaube, sehen können wir vergessen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Denn da verrichten und so. Mal 85. Mal 85. Und wir können mal gucken, wie wir hier demnächst auf den Winter fliegen. Gucken wir, was hier toll ist. Dann gehen wir gleich ein tiefer. och ob wir unsere Axt Hier verbessern können. Unser Schmiede. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Was bist du denn? Was ist das? Das ist kein Mann im Jahr. Ich bin ein Jungtän hier. Geht nach. Ich bin ein Schuh und ein Mann aus Lenz. Gold! Gold! So ist das nie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020